Oh, was war das denn für ein Geräusch? Oh, was war das denn für ein Geräusch? Geschossen wird nur im Notfall. Wrecker, Staff Sergeant Dunn hielt sie für den geeigneten Teamleader, falls ihm etwas zustößt. Sein Verlust ist eine Tragödie. Lasst mich die Ehrung seiner letzten Entscheidung nicht bereuen. Tut das Richtige. Fallt nicht auf. Kein Platz für Fehler, Jungs. Ja. So ist es. Ja, das heißt, wir können... Entspann dich, Kleiner. Es wird nichts passieren. Hast du deins Frau angerufen? Bis jetzt noch nicht, Peck. Ich meine, was soll ich hier denn sagen? Er ist nicht gerade friedlich gestorben und ich will sie nicht anlügen. Boah, Irish! Komm, wir sind nicht weg. Tut mir leid, Miss. Das ist doch alles voll für einen Arsch. Die Cops haben Schiss. Und wir, wir fahren mitten rein und holen die Kohlen aus dem Feuer. Das schaffen wir mit Links. Was, Wrecker? Ich kann eine Tasse Kaffee vertragen. Hey, das motorisierte Infanterie. Bestanden. Ich glaube, die Arschgesichter starren mich an. Da halte ich unauffällig. Unauffällig? Hörst du das, Rick? Sehe ich etwa aus wie ein Chinese-Pack? Kann jemand das Gebäude sehen? Wenn du mir nicht sagst, wo es leid, kommt wieder ein Fahrrad. Okay, nach links. Wir müssen nach links. Vorsicht! Sieht doch gut aus. Ich sehe das Gebäude. Welche Etage müssen wir? Und von wie vielen VIPs hat Garrison gesprochen? Drei mit Kovic? Kovic und zwei Einheimscher. Oh, Mann. Hey, ganz ruhig, locker bleiben. Bis nach links. Das Gebäude ist links. Oh, shit. Wir sitzen fest. Wir müssen raus aus der Karre und dann zur Fußwarte gehen. Verstanden. Komm schon, Wrecker. Oh, Mann. Alles klar. Hier in Shanghai scheint einerseits die Post abzugehen. Irgend so eine richtig kranke Scheiße. Auf jeden Fall sind die ganzen Bürger hier ziemlich aufgeregt. Ziemlich verängstigt. Ich würde sagen, leider. Bis jetzt ist das so eine typische Standard-Militär-Story. Ja. Sehr viel Patriotismus und... Ja, ich weiß ja nicht. Sowas gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht, ey. Ich mag aber auch so welche Militärfilme nicht... Oder... Ja, meist nicht. Zum Beispiel Jagd auf Roter Oktober habe mir überhaupt nicht gefallen. Der einzig Toll an dem Film war von Sean Connery. Aber es gibt auch ein paar gute, wie Black Hawk Down und so was. Mir gefallen ja was... Ja. Ich ignoriere einfach mal die Leute. Mir gefällt was solche Militärfilme angeht, die ja eher so... Ähm... Wie sagen... Filme, die etwas aus einer bisschen anderen Sicht zeigen. Wie der Soldat James Ryan oder Apocalypse Now. Oder... Schön das Liste, was Mighty Banks Film ist, was das angeht. Ja, hier ist zufällig eine Leiter. Benutzen wir die nochmal. Ja, ich wette an dieser Stelle sind nicht sehr viele Leute gestorben. Ach sorry, aber... Da das so programmiert ist, kann ich nicht äh... Wait. Ja, wir können... Ja, jetzt geht er die Leiter runter, ey. Alles klar. Ich würde mal sagen... Ja, hier ist kein Loot-Richtung. Ja, das ist natürlich auch ein Weg. Ja, das ist natürlich auch ein Weg. Verstanden. Fortress. Dutmstown 4. Melden. Over. Los 4, Fortress. Gefolgende Lage. Starke chinesische Kräfte im Zielbereich. Break your... Offenbar Speckups. Man stärker derzeit noch unbekannt. Over. Verstanden. Handelt nach Bedarf und holt sie schnell da raus. Over. Verstanden. Hier, Ende. Moment. Ja, natürlich. Das ist der Tor aus... ...Sage of Shanghai. Boah, der sieht hier ein bisschen anders aus. Ja, natürlich. Die Tür geht einfach so auf. Wahrscheinlich treffen wir wieder auf Fahrschulcamper. Mal sehen, was wir haben. Hier, nimm. Ah, was ist das denn? Oh, OMP. Ah, okay. Hier schaltet man einem Singleplayer eigentlich Röffen frei. Ja, klar. Deshalb hat der... Was ist das denn? Wasserpistolen? Bring uns zum Hotel. Find ich nicht. Die IP sind ganz oben, genau wie die Aussichtsbar. Das klingt auch gut. Die Aussichtsbar ist immer auf dem Dach. Du solltest echt ganz frauen. Ja, ich weiß. Das ist nur... Mach die Scheiß-Tür zu! Äh... Da war keine Etage. Möchte ich mal kurz sagen. Ich weiße, du bist gerade in China einmarschiert. Hier kommen wir nicht raus. Okay, Alternativen. Keine. Ausgaben leben bleiben. Darf ich bitte in die Hucke gehen? Lass uns rein. Alter, Frank, seht euch das an. Moment, erstmal will ich hier... Das hier. Kann ich die Würfel anpassen? SVD. Ich will, ehrlich gesagt, keine Dingens mehr. Ja, gut. Was nennen die denn? Was hat die? Ach, das ist... Das ist cool. Das gefällt mir. Aber kann man die hier irgendwie modifizieren? Mit Schalldämpfer und sowas? Äh... Oder ist das hier festgelegt? Schwererlauf. Oh. Standard. Moment. OMP, was hat die denn? Schwererlauf. Okay. Ja, dann nehmen wir doch... Wir nehmen doch die hier. No, 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 gut. Ja, das kennen wir... Moment. Möchte ich mal kurz schauen. Das sieht aber nicht so aus wie... Sieht auf Shanghai. Hier. Wobei ich ja vielleicht auf die falsche Seite gucke. Ich weiß auch gar nicht... Welches... Nein, 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 ich will nicht, ich will nicht. Vielleicht haben sie uns nicht gesehen. Das ist bezweiflich. Und deshalb schließe ich einfach so. Hallo da. Hallo da. Wie hat das... Hatschig, ha. Hatschig, ha. Das Markieren war blöd. Allerdings habe ich... Gedacht, dass... Ja, wobei, das war wirklich blöd. Aber ich bin das durch den Multiplayer gewöhnt. Na. Oh. Was willst du denn? Moment. Das haben wir gleich. So. Ey. Ne, 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 ne. Ah. Ah, klar. Leider, leider ist das hier kein... Oh. Kein Actionfilm. Besser, wenn ich das unendliche Magazin habe. Boah, der kann sich um die Ecke lehren. Das finde ich ja... Cool. Ey. So. Jetzt warte ich, bis der Nächste kommt, ey. Alles klar. Oh man, das machen wir jetzt so. Oh. Mann, können wir bitte damit aufhören, uns beschießen zu lassen. Wir können auch da... Jo. Wir können damit aufhören. Ah, machen wir doch mal das hier. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Pah. Das liegt mir doch sowieso langweilig. Wo ist der Typ? Danke, danke. Ich weiß, ich bin gut. Ähm. Scheiße, das ist nicht gut. Er fliegt zum Dach. Achte auf die Fenster und mach dich bereit. Hast du Claymores dabei, Rack? Okay, das war wieder blöd. Der ist halt wieder auf den Geschossen. Scheiße, ich muss... Ich darf die nicht mehr markieren. Mein Team besteht ja nur aus inkompetenten Arschgeigen. Und deshalb... Geht in Position! Hä? Gegner, auf den Barton! Oh! Okay. Ah! Sag hallo zu meinem kleinen Freund! Okay, doch nicht. Okay, das war blöd. Nein! Nein! Na klar, wir machen das jetzt wieder auf meine Art. Ich hab jetzt eine andere Idee. Wir werden die Regeln werden. Meinst du? Mach das jetzt so. So, jetzt darfst du ruhig schießen. Jetzt darfst du ruhig schießen. Leider nein. Ich habe nur eine Tube. Moment! Oh, ich hab keine. Scheiße. Geht in Position! Gegner! Auf dem Balkon! Okay, wir sind vorbei. Okay. Okay. Schön. Von links nach rechts arbeiten. Alles klar, Wacker! Schließen überhaupt, wenn ich denen nicht die Anweisung gebe. Müssen die ja eigentlich. Okay. Warum ich denen nicht getroffen habe. Zum Glück ist die Rex ein bisschen genauer. Wo? Ey! Ey! Was ist denn hier los? Oh. Natürlich. Das ist hier los. Na klar. Moment. Machen wir das mal so. Junge, den lässt du nicht. Okay. Hätt schon... Hätt schon fast meinen Glauben verloren. Moment, hier ist keine Deckung. Äh. Äh. Schon halb raus. Komm, ne, Mann. Fertig! Farmers. Okay. Okay. Hättest du das nicht ein bisschen früher schaffen können? Oh, hier noch spiel. Ja. Höh. Alles okay. Verstanden. Zeit gut. It's okay, Breaker. Ich glaube, der hat Bauchschmerzen. Ja. Oh. Meint ihr? Woran seht ihr das denn? Ich bin zwar, dass es der 41. ist. Scheiße, die haben auch Titan-Kameras. Scheiße. Hier ist unser Stock. Die Asiaten, die wissen aber, wie sie sich hier schützen. Jo, fein. Höh. Okay, da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Was? Was für die IPD ist? 38. Oh nein. Das ist unser Zimmer. Ach du Scheiße. Okay. Oh, meine Fresse. Da drin lebt keiner mehr. Boah, die kennen die das. Können wir die Tür aufmachen? Ihr seid spät dran. Es dauert halt, sich durch den Suchtrupp zu schießen, der das Gebäude durchkämmt. Darum habe ich wohl den Raum gewechselt. Oh. Wo wir brauchen unser Koch. Über den Gang kommt man leichter als über die Straße rein. Oh. Komm schon weg. Wo ist der Verhang? Warten. Wie können ich auf die Straße? Überall ist das Militär. Oh, das ist ja großartig. Wer sind die VIPs? Sehr wichtige Leute. Eine wichtige Frau und ihr Mann. Wir holen sie an einem Stück raus. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin Hannah. Das ist mein Mann. Danke fürs Kommen. Entschuldigung, Sir. Verzeihung, Mämmel. Verstehen Sie mich? Geht es Ihnen gut? Können Sie gehen? Mein Mann ist verletzt. Er braucht Ruhe. Negativ. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich habe Helis auf dem Dach gesehen. Wir müssen jetzt los. Dann gehen wir rauf. Was? Ob es dir gefällt oder nicht. Ich fliege das Ding. Das ist der Plan. Oder hast du einen anderen Vorschlagsart? Ach, klauen wir jetzt Helis. Sind Sie fertig? Mein Mann muss versorgt werden. All diese Gewalt. Wo führt das hin, Sergeant? Das ist nicht, was ich... Danke fürs Kommen, Sergeant. Ich bin sehr dankbar für die Hilfe. Los geht's. Jetzt. Kommt. Kommt. Los. 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 Covid. Den Covid, den kenne ich doch noch. Aus, äh, Battlefield 3. Da war aber weniger gut wie hier. Zumindest macht es den Anschein, dass der hier ein bisschen netter ist. Ah, sieht nett aus. So, wir müssen ihn ein bisschen schneller bewegen. Immerhin brennt das Gebäude. Ihr sichert den Weg. So, dann starten wir. Alles klar, wir gehen rauf. Ich sichere alleine den Weg hier. Ja, mach ich doch. Wo ist denn? Ich mach das hier allein, oder? Die einzig kompetente Arbeitskraft hier. Mon ami. Fuck you. Okay. Kein Q drücken. Kein Q drücken. Auf keinen Fall das Q drücken. Ey, da kann man sich sehen. Gut. Ey, w-wa- Okay. Ich dachte schon, da will einer hinter mir. Hat die Waffe ein Schalldämpfer? Moment. Ja. Score. Bla bla bla. Ich glaub nicht. Können auch theoretisch hier einfach liegen. Ich hab eigentlich schon fast erwartet, dass es nicht klappt. Aber jetzt bin ich hinter dem Feind. Das einzige, was ich schaffen wollte. Nee, ist gar nicht hier hoch. Was gibt's hier? Was gibt's hier? Farmers gibt's hier. Okay. Die haben anscheinend alle so vorgewertigte Einstellungen. Ah, gefällt mir hier. Das ist alles Akroquizir. Oder ACOG oder wie auch immer. Ey, warum stirbst du nicht? So. So. So, das heißt nicht fliegen? Alle, meine Dorn! Los, los, Bewegung! Arschloch. Komm, komm, komm. Sieh mal nach, Wrecker! Los, los, los! Los, los, los! Los, los! Oh, was?